Also das ist schon, ich sag mal, eine spezielle Nummer gewesen, diese Aufgabe. Bildung, Weiterbildung ist per se ja nicht sexy. Das Land Schleswig-Holstein hat erkannt, dass es eine Menge für die Weiterbildung in Schleswig-Holstein tun kann. Normalerweise hast du in einer Steuerung deinen Helden, dann hast du den Anti-Helden, hast eine Aufgabe und am Ende wird das alles prima gelöst. Und hier waren es aber drei. Und die mussten natürlich alle geimpft werden, also die mussten alle den eigenen Slang kriegen, eigene Sprache. Forsches Auftreten bei Andragon, so ein Fähnchen im Wind mehr so bei Seroton und Detox geht sowieso sein eigenes Stil. Wir wollten etwas auf die Beine stellen, was es vorher noch nicht gab. Es geht um Lernbegleiterinnen. Das heißt also jeder, der Wissen und Mehrwerte mit Leidenschaft und Charme und Spaß weitergeben möchte. Im Gegensatz zum Digital Trainer 1, wo es primär um digitale Tools und Grundlagen ging, lag der Fokus in diesem Kurs nun auch der Vermittlung eines digitalen Mindsets. Also etwas, was man nicht greifen kann, was sich schwer zeigen lässt. Und das ist ja das, was auch so beim DT1 ein klein wenig auf der Strecke geblieben ist. Werkzeug ja, aber ohne den Blick, wo ist mein Kunde, wen muss ich abholen und ohne den Blick nach innen, wer bin ich überhaupt und was traue ich mir zu. Also es war ja mehr als Feinschliff. Die Idee war es nun, dem User anhand einer fiktiven Geschichte unterschiedlichen Charakteren einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Also wie fühlt sich zum Beispiel Scheitern an? Wie Unsicherheit? Da gibt es zum Beispiel den digitalen Nerd. Ich sage, ja, der tut so, als könnte er alles irgendwie jonglieren. Aber eigentlich ist viel Fassade und im Inneren denkt er immer, hoffentlich funktioniert das. Eine der größten Herausforderungen lag darin, eine Geschichte zu erzählen, in diesem Fall auf der Infinity Mindload, welche Story und Kompetenzerwerb kombiniert. Ich bin Diana, Medienentwicklerin und meine Aufgabe war es im Kurs, die Geschichte zu visualisieren. Als wäre ich der Regisseur und ich kriege ein Drehbuch und dann versuche ich dann im Detail das umzusetzen. Ich wollte dem Ganzen ein gewisses Etwas geben. Die Figuren, die skizziert sind, die erwächtern zum Leben. Das ist ein bisschen Gottsspielen. Ich habe mich auch in meiner Funktion als Trainerin und Trainer dort gesehen und ich war völlig überfordert. Ich habe mir nie zum Beispiel die Frage gestellt, was passt zu mir. Und dieses Innehalten, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Typen, wer braucht was und ganz, ganz wichtig, was braucht meine Zielgruppe? Das haben wir in den DT2 gepackt. Das haben wir in den DT2 gepackt.